Ja, 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 ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Dass ich mal so einer Hinterhof-Kabarettistin hinterherlaufe. Ja, ich habe sie doch alle gehabt. Ich habe sie doch alle gehabt. Helene Fischer? Hab ich gehabt. Hansi Hinterseer? Hab ich gehabt. Donald Trump? Hab ich gehabt. Ja, ja, ich habe gute Connections. Kann ich auch die Wanninge hinstellen. Fürchterlicher Dialekt, ne? Fürchterlicher Dialekt, ne? Ich sag ja immer nur, du kriegst den Trampel ausm Land, aber das Land nicht ausm Trampel.